Die Mauer rückt nach vorn und seine Freistöße aus dieser Entfernung, sie sind immer brandgefährlich. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Exzellent verwandelt, dieser direkte Freistoß. Unglaublich. Besonders natürlich noch in der Wiederholung. Für solche Momente, da lieben wir den Fußball. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten.